Oh, Wake Allen, das kann eine lange Geschichte werden. Große Frage, was man da jetzt mitnimmt, gell? Wo wollen wir uns den Heli schnappen? Achso, der Heli ist ja auch da, ja, da ist schon besetzt, da sind wir zu spät. Aber ich denke, dass die Flugopfer da irgendwo ist, ja, es fliegt alleine weg, das ist ein Tropfen. Achso, vielleicht wartet da. Mach, ich habe schon eine Sekunde wartet. Ja, vielleicht möchte ich mit einem zweiten ja beim Spawn fliegen, ist auch egal. Ja. Gibt es da keine Luftabwehr eigentlich da? Ist hier unten, bei BD stehen die meistens. Ah, scheiße, ja, stimmt. Ja, dann laufe ich mal Richtung Delta, ja. Ja, und ihr blinkt ja eh direkt dahinter. Ja, ein paar Minen liegen lassen da, rein, also voll rein auf der Docht. Ah, der Bucky kommt doch gerade an der Masse. Und die Gegner schnappen sich gerade die Luftabwehr. Da sind zwei Gegner da unten. Ah, warte, einen Bucky habe ich überwischt. Der zweite ist auch weg, glaube ich. Ah, die haben da Minen verstanden. Ja. Schnapp dir mal das Fahrzeug, steig mal ins Fahrzeug rein, dass das Fahrzeug uns gehört. Ja, genau, warte, meine Minen dann mal gleich weg. Ja, sicher Problem. Ja, dann geh schon los, kannst schon hochfahren. Ja, fahne. Ah, fahne. Schau mal, dass das Fahrzeug uns gehört, oder ist das wurscht? Leg da noch mal ein paar Minen her. Oh, das ist mit dem Fallschirm einer runtergekommen. Ah, bei dir. Hab ihn. Bei dir ist noch einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ähm, Richtung Echo, oder? Oh, Panzer. Oh, Panzer. Panzer, 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 Panzer. Ja, ich hab ihn. Leichter Zugwagen gebracht, wenn ich. Und da kommt noch ein Buggy direkt hinterher. Vorsichtig. Ja, der Buggy, der soll noch kommen. Aber ich wieder hinschieß. Ich hab leider nix mit. Oh, irgendwelche Minen haben gezogen. Cool. Ja, mein auch. Ah, hat der immer Munition von euch, nehmt ihr gern? Oh, da warte. Irgendwo gibt's da Munition. Irgendwo lädt der bei mir grad nach. Wo ist denn das? Da ist eine Kiste. In der Fisch. Ja, da bei mir. Oh, Hede, Hede, äh, Südosten. Und nen falschen Springer. Der kommt aber nicht zu. Oh, ich bin tot. Neben uns. Der M-Track. Ah, jawohl. Igler. Servicester. Doppel der Kill. Sehr schön. Wieso seid ihr alle tot? Oha! Ah, deshalb seid ihr alle tot. Da ist einer. Ja, die Eltern, glaub ich, werden jetzt wieder zurückgehoben. Ich probier's mal, dass ich dort spawnen. Hoffentlich geht's jetzt aus. Zwo. Eins. Bin dort. Oh, der Feind Holzen ist fast geschnappt. Vielleicht bin ich schnell genug, dass ich einsteige. Ah, ich laufe, 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 laufe. Renn, renn. Oh, wir wollen den NEG. Ja. Oh, die Leute wollen ja reisen. Und dann, wie das andere geht. Ich hab es auch geschrieben. Das trocken nach vorne amowanen. Guck mal. Ja, ich packe die Hegel aus Also Jet war das kein Heli, nicht ein Depp Ja, das stimmt Ja, wie ich gerade sagen, Schwebelflug war der Wieso hat da keine Rakete getroffen, das versteht's überhaupt nicht, die Flares waren draußen Außerdem kommt da noch eine Heli, Heli im Südosten Da kann ich mal ganz schön hoch Aber ich halte die Eger schon auf den Raum Da kommt bloß runter Ja Leer ist von draußen Abgefuert Zerstört Geiler Scheiß Zauber Mit der Tunguska bin ich so wenig Punkte, die Spiele so so selten, das ist extrem Demonstrator Oh, die Venom Genau über euch Angefragged Jo, hast du runtergeholt Oh, Panzer, Panzer, Panzer Fährt Richtung Delta Komm zu Delta Vorsicht, ich stehe direkt hier oben auf dem Berg Ja, ich sehe schon Oh, ich komme nicht weg, hängen wir fest So, jetzt bin ich da Woah Woah WTF Oh my god Oh my god Ich bin da oben am Auge Ah, der ist oben am Container gestanden, glaube ich Den habe ich erwischt Ah Ah Daneben Schesse Aber die Kassade, der Tunguska gehört uns Alles habe ich schon zerstört wieder Ja Heli ist kampfunfähig Nein, ich triff nicht Das kann ich mit Apegieren heli runterschießen, das ist eine sehr 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 seltene Geschichte da Kann einer reparieren, die Heli? Ne, ne Achso, jetzt habe ich es gerade drauf geschossen, blöd Ich tepp Ja, wir müssen uns ein bisschen um die anderen Punkte auch kümmern da, weil bei Charlie läuft auch gerade was Ein Heli ist die Venom, kommt bei Charlie Venom Zum Haus Ah, ich habe keine Vision, der Strahle Immer diese Nebensächlichkeiten, gell? Ja, wenn man dann gerade abdrücken will man fast, dann denkt man daran Ah Weil sie aus der Hütte schießen Oh, jetzt wird es schon langsam eng da mit unseren Spots Äh, bin wieder beim Strand Ah, ich teppe es wieder vergessen, ich umschalte auf das Ding auch Ah, Heli Venom bei Delta Die älter wird abgenommen, ich weiß nicht von wo, ah da ist einer Einen hat, uah, voll unter Beschuss Ich packe jetzt wieder das Ding ein Das sind die Igler, in dem Fall Äh, Miniat gibt es Uah, verdammt Gespawnt, zwei Meter gelaufen, tot Bei Delta, da geht es ordentlich ab Bei Charlie haben wir auch immer, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir wieder was zurück überobern da, weil Äh, Tunguska ist da, beschädigt, da braucht man einen Reparateur Haben wir jemanden Hin Ah, scheiße Fläsch Fläsch Viper, Viper, Viper Ah, die Fläsch schon draußen, geht schon, schieß Für den Treffer, Hit, jawohl Hit down und weg Ja, sauber Pass das Äh, die Fläsch Äh, Haywok steht da, unser Haywok Aber die wird schon übernommen, passt, passt schon Äh, Charlie, Feindkontakt Da steht ein Panzer drin, glaube ich Ich hab jetzt wieder die Stinger mit Das ist Igler Ich kann es natürlich, ich kann es natürlich probieren, dass ich, dass ich Minen hinlege und dann mit dem, ah ja, ich schweck Ist der Feindruckschrauber auch, ey genau, schießt nicht auf mich da Yep Boah, wie ich in dem schieße Also wieder so der Klassiker Dank Headset hab ich den jetzt gehört Oh, sorry, 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 da ist gerade einer gespawnt oder irgendwas Das wäre jetzt aber ein Faser-Team-Kill geworden Ich lauf mal zu Bravo Oh, Panzer Den können wir übernehmen, oder? Und, hopp Meiner Warte, steig ein, warte, eine Sekunde Ah, warte, ich komm auch, ich komm auch Ich hab Lenkmunition dabei, gell? Okay Okay Übernehmen wir mal an die andere Seite weg Uh, jawohl, erwischt Jawohl, erwischt Vollträger Ich kann mal was flippen Ah Mit dem, mit dem, geht bitte immer in die andere Richtung schauen Wie mit dem Mit dem Geschütz Ich schieße ihn einfach da rein, rein auf der Tochter mal So, fahren wir Richtung Alpha Da fehlt ein Krampfer Ja Da ist er noch nicht besetzt Da fehlt ein Krampfer Ja Da ist er noch nicht besetzt Ah, da ist er jetzt Zweifel, kommt Noch nicht Oh, der Empirik ab mich, schade Oh Wollen wir reparieren? Hacce, vier, vier Okay Egal Ah da steht die Viper, Viper, Viper Hätte er reparieren können, glaube ich Okay, wurscht, die Seite schaut schon mal gut aus Ich spaw bei Bravo Ich glaube, ich höre die Viper Bei, 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 bei Irgendwo da Richtung Alpha Wo ist sie? Ah, ist die Männern Weit, 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 weit ist auch irgendwo da Ich höre sie Unten ist Ah, ist unsere, ist die Hewok Ah, scheiße Ah, mich hat er gewischt Ah, mich hat er gewischt leider Eh klar Ah, Spawn wieder bei Ah, Spawn bei dir Ja Ja, Flair von draußen Das muss es los werden Ah, eins, zwei, drei Ja, sauber Ja Ich weiß, dass er Panzer fährt Ah, Panzer, Panzer, Panzer Ich bin hinter ihm Komm, Flair, Flair, fahren wir bei Minion Und Puff, jawoll Wir gratulieren Sie gewinnen drei Minion zum Preis von zwei Hey Ah, geh wieder Richtung Alpha Aber hier hingegen Das hab ich sofort übernommen Ah, dieser Jet Wo geht mir? F-35 Richtung Südosten Im Schwebeflug Das heißt, ihr könnt bestens mal aufschalten Probieren Ah, jetzt hab ich zu viel geschossen Scheiße Färs sind draußen Aber jetzt haut's ab Feigling Äh Viper Meinst du der Viper oder der Herog? Die Viper Richtung Südosten Über Alpha Aufgeschaltet Feuer Flair ist draußen Und tschüss Heli Tschüss Heli Jawoll Hahaha Oh Jetzt ist es fast erschlagen Er rupt da rum Ja, nimm mich mit Es ist voll Warte, 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 warte Nein, es ist voll Achso, okay, dann ist gut Dann fahr ich mit Ja, genau Ich steck da mal Nein, ich steck da mal Nein, ich steck da nicht aus Ich fahr mal Richtung Richtung... Richtung Charlie So, ich steck jetzt mal aus, wenn wir da abseits sind Boah, fahr Natürlich ist es mal wieder gute Idee Lenkmonizung genau auf meine Birne Boah Eine Sekunde früher raus, ich stege in den Hauptsitzungen Ja Ja, das ist immer so Er opfert mich für die Gemeinschaft Da kenne ich nix Da neben Stand See Ja, ich bin bei dir Ja, ich bin bei dir Ja, knappe Geschichte da, punktetechnisch Mhm Boah Moment, sieht das mit den Flaggen für uns ein bisschen besser aus Ähm... Was machen wir denn jetzt am besten? Delta Echo Warte mal, da hinten ist die F-35 wieder Die dreht aber gerade ab Da hinten fliegen ein paar Trümmer herum Ja Machst du wieder Auto, oder? Ah, ich hab' meinen Radlader Hey, sie ist so geil Jetzt musst du laufen So, geht's schon Auf geht's Hahaha Wahrscheinlich gehen wir da drauf, also Vergiss's, lieber nicht Oh, mach Hat mich jetzt geschriegt Nein, es ist einer von uns Oh, ich dachte, es wäre ein Weg Aufbleiben Ah, pass auf, pass auf Wipe, wipe, wipe Nordosten Boah, und weg Und ich bin schon wieder tot Der Himmelsacker Danke, ganz lieb Ah, da ist die F-35 im Schwebeflug Aufschaltung Ja, super Ah, flares draus Ist ein Dreck Der kann sich jetzt freuen Der Helmock steht da Nicht benutzt Die Jets runterholen mit der Stinger Kannst du vergessen Pass auf, Delta Hat der Vorgang gemacht Mit Dieser Endspur Oder Kann das schon Oh, Sniper, 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 Sniper Oh, Sniper, Sniper, Sniper Und, Schräder? Ich hab' mein Spawnbag dort Hinten, hinter dem Container Fili Wipe, wipe, wipe Hahaha Hat er einer mir die Güte? Ja, ich Wir können jetzt beide zum Magie und ein Löwenpflaster holen oder so Warte, warte, warte Ja Ja. Ich frage ihn wieder nur an. Pass auf, da oben, oben vom Hügel, Richtung, Richtung, Richtung Südwesten. Er ist zurückgelaufen, jetzt hinter dem Hügel. Da läuft der Sniper. Sniper. Pass auf, wer ist denn da oben? Wer ist da oben? Ah, hinter dir, hinter dir, aah. Sniper habe ich. Ah, scheiße, natürlich, ja. So, aber eine Zehntelsekunde zu spät, glaube ich, weil die hat mich auch noch erwischt. Und noch einer entgegen? Hm, was nehmen wir denn jetzt? Das machen wir doch eh. Ich nehme mal die Suche halt, dass ich mal ein bisschen runde geflogen bin, aha. Die nehmen wir jetzt mal mit da. Ah, Heli bei... Heli bei Charlie. Was bei... Ah, hier wieder keine Luft-Luft-Luft-Raketen mit. Oh. Irgendwelche Minen haben gezogen wieder. Wow, da steht der Jet leer herum. Ich habe gerade mal insgesamt fünf Kilken mit mir. Ich weiß nicht, wie er das geschafft. Ich habe irgendwie 200... Oh, oh. Wo spießt der denn auf mich? Da ist ein Feind im Panzer eingestiegen. Na, da ist ein Feind im Panzer eingestiegen. Na, da ist er wieder raus aus dem Jet wieder. Da haben wir ja keine Punkte da. Wo ist er denn da? Hinter uns? Hinter dir? 1,16 A3. Ja. Schön. Dankeschön. Danke. Oh, sind die Gegner und du hast... Über Alpha ist die Meinung. Wenn ich das richtig gesehen habe... Oh, M-Track, M-Track. Natürlich kriege ich nicht mehr einen Hitmarker da. Das ist ein Dreck. Ich bin gerade da. Wow. Seht ihr? Irgendwo was fliegen oder so? Weil ich bin noch im Jet unterwegs, aber ich sehe nichts. Ich stehe genau hinterm M-Track, aber ich kann nichts kaputt machen. Nein. Nein. Oh, hinter mir. Oh, durch meine Minen, Kampf umfähig. Alle ausgestiegen. Wow. Der Tor. Ja. Vielleicht schaffen wir sie erstmal eh über zu. Ne, immer noch Gegner hier. Oh, ich stecke aus bei Echo. Der sieht viele Gegner. Vorsicht. Jetzt stehen wir gerade bei Echoing. Ich habe wieder Einzelschuss eingestellt. So scheiße. Ob er mischt. Ich brauche mal einen Medic, wenn einer irgendwo bei mir ist. Ich brauche einen Medic. Ah, da ist einer. Okay. Oh, ich habe wieder Farbbild. Sehr schön. Ähm. Ähm. Der Motor ist jetzt auch noch. Der Motor ist jetzt auch noch. Ja, irgendwie 35 da. So, raus mit den Flares, komm. Ein Feigling steigt da aus. Ich höre zwei Dicke und ich laufe gar nichts mehr hin. Ich genieße jetzt einfach nur die Aussicht. Zu spät, schade. Schade. Boah, die KT ist aber nicht schlecht. Die freut mich wieder. Der ist nicht meine Punkte mit dem mobilen Flugabwehr. Da habe ich noch überhaupt nichts. Also die Runde zahlt sie aus. Die bringt satte Punkte. 18.703. Sehr schön. Wir müssen jetzt. Willi und St.